Hast du eine Wohnung? Nein, ich lebe hier in diesem Büro. Ich habe hier drüben so einen kleinen Gaskocher und neben der Eingangstür habe ich einen Eimer stehen. Da scheiße ich rein und pisse da rein und das schütte ich immer hier aus dem Fenster. Das reicht auch eigentlich, ne? Und dann gehe ich halt zwischendurch einkaufen. Ich habe halt keinen Kühlschrank. Wenn ich einkaufen gehe, kaufe ich immer so Eispack und die lege ich dann immer auf mein Essen. Ich habe hier so ein kleines Regal. Ich habe halt kein Bett, weil es eng hier drin ist, aber ich habe den Stuhl hier. Und dann schlafe ich meistens so. Das ist eigentlich ganz praktisch. Kann man sonst so hier liegen? Okay, das ist eigentlich ganz gut, ne? Dann schlafe ich so und dann stehe ich morgens auf. So, warte. So, bin ich so aufgestanden dann. Ja, und dann habe ich hier so eine Gewürzmischung von DOR, von Maggi. Sieht man jetzt schlecht, weil er blendet. Aber das esse ich dann morgens immer mit so ein bisschen Wasser. Ja, mixe ich auch manchmal Energy dann halt drunter. Das schmeckt, das ist ein bisschen eklig, aber geht so zum Frühstück. theres